hallo hier ist der thomas vom kanal der elektrotechniker was war denn die letzten tage eigentlich in deutschland mit der energie erzeugung respektive dem energieverbrauch so los gewesen ganz besonderer fokus der zehnte januar wo wir das problem in deutschland hatten dass wir über zehn gigawatt strom dazu kaufen mussten dazu heute noch mal einen kleinen überblick mit hilfe der homepage von der bundesnetzagentur smart strommarktdaten heißt die den link pack ich und das video für alle die die diese seite noch nicht kennen man kann sich hier auf dieser seite zu jeder stunde die aktuelle netzlast für deutschland quasi anzeigen lassen das heißt wie viel strom wird insgesamt in deutschland verbraucht dass es hier diese rote linie und parallel dazu kann man sich anzeigen lassen also alle sozusagen erzeugenden anlagen also kohle wind sonne bio und so weiter atom was also alles an strom im gegensatz zum verbrauch produziert wird also hat man sozusagen ein verhältnis und alles was sozusagen überhalb dieser roten linie hier passiert dass es sozusagen ein überschuss an strom das heißt deutschland an sich produzierten mehr strom als es selbst benötigt zu der zeit alles was unterhalb dieser roten linie hier stattfindet so wie hier da haben wir das problem dass deutschland sich selbst nicht versorgen kann und dementsprechend strom aus dem europäischen verbundnetz eben zugekauft werden muss so ganz besondere fokus hier mal der 10 januar zur mittagszeit das war also der montag hier haben wir das problem wir haben eine aktuelle strom also wenn last sozusagen also stromverbrauch von knapp 70 gigawatt und dem gegenüber steht eine erzeugungsleistung von etwa 59 gigawatt so nach adam riese ist das in delta von 11 gigawatt und das ist schon eine ziemliche menge das sind sozusagen so prima darum so zwischen 10 und 15 prozent was uns da an strom gefehlt hat was zugekauft werden musste so wie kärner noch mal gucken wieso weshalb warum was war denn hier los dazu vielleicht noch mal ein kurzer blick auf die ganzen farben hier wir sehen hier sehr schön ganz unten erstmal diese grüne linie das ist die biomasse in deutschland mit zwischen 4 und 4,5 gigawatt leistung die hier über die tage absolut konstant fährt und das natürlich als grundlast angesehen werden kann da drüber dieser ganz dünne hellblaue streifen das ist die wasserkraft auch eine grundlast weil wasser fließt natürlich immer und da natürlich jetzt das problem in deutschland das war da sehr begrenzt eben nur mehr bauflächen oder geografische verhältnisse einfach haben wenn man da mehr hätte könnte man mehr rausholen weil natürlich grundlast absolut gegeben und wir haben hier so zwischen 1 und 1,5 gigawatt immer was wir hier quasi konstant ins netz rein schieben so das sind es mal so die beiden linien die erstmal wirklich absolut geradeaus laufen über die tage so und dann beginnt es eigentlich hier schon mal so mit den volatilen geschichten das heißt diese beiden blauen ja ja diese diese mittelblaue und diese dunkelblaue farbe das beides ist der windanteil in deutschland wird hier immer noch mal getrennt zwischen on und offshore also onshore ist alles das was auf dem land installiert ist also die ganzen windkraftanlagen die quasi ja halt irgendwo auf dem land stehen offshore ist alles das an anlagen was quasi draußen vor den küsten so rum steht und in summe ist das halt sozusagen dann die windkraft so und dann geht es weiter hier nochmal da kommt dieser dunkelbraune teil dazu das ist die atomkraft ja und die atomkraft hat natürlich jetzt gerade zum jahreswechsel auch noch mal ein bisschen abgenommen weil ja soweit ich weiß drei kernkraftwerke noch mal abgeschaltet wurden und was man hier so sieht übergeblieben sind so immer so eine leistung von circa vier gigawatt die auch sehr konstant eigentlich hier fahren so hier ist es noch mal ein bisschen mehr und dann kommt so dieses mittelblaue hier oder dieses hell nicht blaue sorry hellbraune so habe ich meine farbprobleme das hellbraune das ist hier die braunkohle die natürlich hier insgesamt auch einen ziemlich gehörigen anteil an der an dem gesamtmix hat und der anteil ist aber ein stück weit variabel drüber in schwarz ist dann die steinkohle und wenn man jetzt mal schwarz und braun zusammen nimmt da ist das insgesamt schon also wenn man das zusammenrechnet also ein ganz ganz großer anteil des energiemixes aktuell in deutschland so da drüber kommt das thema erdgas ja und von den fossilen brennstoffen her ist glaube ich so dass erdgas der oder die erzeugung die am meisten quasi oder den größten min max hat wir sehen also hier beispielsweise montag zwölf uhr aber knapp zwölf gigawatt ein gas und das kann man jemand zum beispiel sehen am sonntag um fünf uhr aber halt nur drei gigawatt ein gas nase zwischen des des min max sozusagen ist glaube ich beim gas eben das größte natürlich ist das mit dem gas auch so der sache weil man natürlich das relativ gut regeln kann das heißt gaskraftwerke sind natürlich hervorragend regelbar so danach kommt natürlich also nicht zu vergessen dass der der gelbe anteil hier das ist die photovoltaik sieht man an jedem tag hier immer tagsüber immer so einen kleinen so einen kleinen peak hier drin das ist die photovoltaik und ja machen wir uns nichts vor also ich bin totaler befürworter der photovoltaik das muss man an der möchte ich an der stelle auch noch mal sagen aber man darf sich natürlich oder muss natürlich ehrlicherweise sagen dass jetzt hier im jahr in november dezember januar februar nicht viel viel los ist auch eben zur mittagsstunde her aber eben wirklich hier immer nur diesen kleinen fleck natürlich sieht das im sommer noch mal wieder ganz anders aus aber jetzt im winter ist es halt so wie es ist so dann kommen noch die beiden sachen dazu oder noch ein wichtiger faktor eben dass es sind die pump speicherkraftwerke die eben natürlich hier ihre kapazität die relativ gering ist in deutschland dann halt dann rein werfen wenn wir eben hier soll sozusagen solche abstürze haben das heißt wenn man hier etwas auffüllen müssen sozusagen also um die erzeugung sicherzustellen dann kommen die pump speicherkraftwerke eben hinzu hier sieht man zum beispiel auch gut zum beispiel wenn jetzt hier eben sonne da sagen wir einen überschuss haben dann werden natürlich die pump speicherkraftwerke auch geladen das ist sieht man sehr schön problem ist dass der anteil pump speicherkapazität in sehr sehr gering ist und natürlich man das halt logischerweise auch nicht überall machen kann so der rest ist dann sonstige konventionelle geschichten das kann alles mögliche sein da gehe ich jetzt mal nicht darauf ein ist aber immer auch eine relativ gleiche zahl also diese 1,5 gigawatt die hier einfach so mal mit rum schwirrt so was ist jetzt hier eigentlich am 10 januar passiert ganz einfach es war kein wind das ist eigentlich die antwort und wir sehen eigentlich genau auch da wieder das problem mit mit dem wind die windkraft ist natürlich eine absolut super sache und wir können zum beispiel hier zum beispiel sehen mal gehen wir mal am dritten januar so vormittags da war es ziemlich windig eigentlich schon eher stürmisch gewesen auch hier zum beispiel mittwoch sehr viel wind gewesen und da haben wir es halt geschafft hier über 40 gigawatt allein durch die windkraft sozusagen rein zu holen so 40 gigawatt also die die summe aus on und offshore also das sind jetzt hier 42 43 gigawatt im verhältnis zum stromverbrauch von 70 gigawatt also über die hälfte des strombedarfs in deutschland konnte da allein durch den windkraft sektor gedeckelt werden eine super sache so am 10 januar am montag 12 uhr hatten war das problem es war kein wind es war einfach kein wind und da haben wir es eben gerade mal geschafft hier auf ja wie man sieht so 1,5 gigawatt zu kommen na das ist schon irre wie das min max dort eben ist und ja logischerweise wenn der wind nicht weht könnt die flügel nicht drehen so ist es nun mal es gab ja auch so mal die aussagen und wie ich gehört habe natürlich scherzhaft der ganze wind kommt ja nur weil die ganzen windkraft anlagen so drehen deswegen ist es so windig nur mal so am spaß am rande so nie zurück genau also problem war es war einfach kein wind so die fotovoltaik zu der zeit war natürlich da aber eben jahreszeiten spezifisch und und kalendarisch spezifisch in anfang januar da kommt mittags halt noch nicht viel es ist die sonne ist zur mittagszeit einfach nicht also die hat so einen schlechten winkel da kommt halt einfach nicht viel so und schon haben wir das dilemma die biomasse die wasserkraft ist klar die fährt durch so atomkraft ist gedeckelt die können nicht mehr weil die installierte leistung einfach so ist wie sie ist jetzt die braunkohle fährt hier mit knapp 15 gigawatt auch sozusagen am absoluten limit die steinkohle wie man sieht auch mit ja ungefähr 12 gigawatt am limit und man sieht eigentlich an den an der an der stärke der 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 linien hier oder der flächen schwarz und braun die kohle anteil war also hier wirklich zu der zeit wirklich extrem gewesen nach genau auch wie man das hier zu der stunde so sieht hier auch wieder kein wind gewesen kohle muss einfach mit dazu genommen werden die gas kraft werke auch wie man sieht wieder an der also an der an der an dem flächen anteil mit über 12 gigawatt dabei ja und hier ist natürlich jetzt genau so ein punkt so eine stellschraube hier könnte man oder müsste man überlegen inwieweit das halt auch sinn macht gas auszubauen sozusagen als puffer beziehungsweise als ja als 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 kraftwerksart die halt dann einspringt wenn wir eben genau diese flauten eben haben und dann natürlich selbst die pump speicher kraftwerke wie man sieht die fahren jetzt hier um diese vormittagszeit bereits schon ihre leistung komplett also leer also das heißt dort wird alles wasser aus den speichern abgelassen und rein geschoben ins netz das heißt alles was hier irgendwie strom produzieren kann wird hier quasi hochgefahren so hier sieht man dann die pump speicher kraftwerke sind dann am ende noch so hier da geht nichts mehr nach irgendwann ist halt schluss und trotzdem ist halt dann der strombedarf noch da und mehr geht halt einfach nicht hinzu kommt dann hier noch wie man sieht dass die pv dann auch noch wieder runter geht das heißt hier fällt es wieder ab und gott sei dank auch der strombedarf fällt halt hier ab so warum am montag dem zwölften hier dieser peak so hoch war vom stromverbrauch das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen wir haben eine netzlast von ungefähr 70 wenn ich hier mal gucke bin ich bei habe ich ein bisschen weniger aber auch eigentlich 70 also kann man eigentlich schon sagen 70 na doch ist eigentlich sogar hinter 70 ich jetzt gar nicht so wenn ich das so durch ziehe hätte ich jetzt gedacht dass der sogar höher ist ist aber gar nicht also ist tatsächlich ein ganz normaler tag 70 gigawatt und ja jetzt können wir also mal sehen dass wir hier relativ schnell quasi dann auch probleme bekommen natürlich ist das europäische stromnetz halt irgendwo da und wir können das auch nutzen aber wir müssen uns jetzt wirklich ernsthaft dann auch mal gedanken machen wie wir mit genau diesen situationen umgehen wollen und können auch in zukunft na das ist immer das problem weil wir sprechen hier nicht über ein zwei gigawatt die wir uns einholen müssen wir sprechen hier über zehn gigawatt die dazu gekauft werden müssen die müssen irgendwo erzeugt werden und die muss es sozusagen müssen die stromnetze sozusagen auch dann transportieren können und das ist genau eben das problem ja also jetzt muss man kann man ja mal weiter überlegen selbst wenn wir jetzt halt hier sagen wir bauen pv und windkraft massiv aus ja also zum beispiel dem pv sektor jetzt mal drei ja das bedeuten wir hätten halt hier nicht sechs gigawatt also gerundet sondern vielleicht 18 gigawatt zu der zeit seiten war hier wenn wir ja das wäre natürlich hier gerade jetzt interessant gewesen wir hätten quasi hier zu der mittagszeit zumindest mal dann hier diesen diese 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 stufe geschafft ja alles also aber vor zwölf uhr nach zwölf uhr hätten wir auch wieder das problem gehabt das heißt wir hätten auch irgendwo wind noch viel mehr haben müssen um das alles hier auszuregeln das heißt wir haben auf der einen seite das problem dass wir eigentlich zu wenig pv haben und zu wenig wind haben also von der installierten leistung her dass das eine problem das nächste problem ist dann wenn was haben so wie hier haben wir eben die speichermöglichkeiten noch nicht das heißt wir hätten hier bereits sozusagen eins ja eigentlich ein tag vorjahr hätten wir hier sozusagen diese spitze eben nutzen müssen und hätten halt das ganz einfach weg speichern können auch dazu sagen muss man natürlich wenn alles was jetzt hier über der roten linie ist hier ist natürlich auch natürlich immer noch braun und steinkohle mit dabei also das heißt wenn wir hier oder sagen wir mal gehen wir mal hier so hin vielleicht hier wenn wir hier die braunkohle und die steinkohle wegnehmen dann wird es könnte was wirklich gerade so schaffen in den peaks uns hier selbst zu ernähren sage ich mal aber wir hätten dann auch keine speichermöglichkeiten eben für genau diese geschichten also wir haben da echt wir müssen muss man wirklich jetzt vorsichtig mal umgehen mit der ganzen geschichte wie das alles so weitergehen kann natürlich jetzt auch mal interessant was ihr alle so dazu sagt ich denke diese dieser tag dieses beispiel dass das ist schon irgendwo so eine diskussionsgrundlage wie gesagt ich möchte mich bin also ich mag pv und erneuerbare energie und ich bin auch der meinung dass wir da in die richtung uns hinbewegen sollten mehr aber man muss auch ganz einfach mal die idee das realistisch betrachten das heißt so wie es ist und dass diese situation hier die ist halt realistisch so wie sie ist das heißt was man an braunkohle gas atom und so weiter haben wenn man das hier auch alles nicht gehabt hätten zu der stunde dann hätte es sehr 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 schlecht ausgesehen weil das hätten sozusagen unsere netze mit sicherheit so ohne weiteres nicht nachliefern können aus dem aus dem eu-netz das hätte hier also wirklich ja katastrophale folgen gehabt also das heißt wir hätten hier dann das problem oder dann die 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 wir hätten das dann eben so gehabt dass dann einzelne lasten abgeschaltet werden würden das heißt ja große industriebereiche und so weiter also auch komplett ja im privaten sektor hätte man dann rigoros abschalten müssen um sozusagen einfach dann die frequenz 50 hertz irgendwo halten zu können und dann haben wir eben das problem und das ist ja genau das was immer so ein bisschen befürchtet wird wäre dann vermutlich hier eingetreten das heißt wir haben echt noch viel zu tun zum thema ausbau erneuerbare energien und wir müssen auch das thema speicher einfach forcieren wir müssen diese geschichten hier das müssen wir alles weg speichern können wenn was das müssen wir wenigstens schaffen weil ansonsten sehe ich da wirklich große große gefahr was sagt ihr dazu wie seht ihr das lasst uns mal ein bisschen darüber diskutieren wir können auch gerne mal jede woche hier so eine kleine analyse machen wie das die letzten tage immer so war und natürlich auch mal wieder im vergleich winter frühling sommer herbst und so weiter kann man gucken wie es da aussieht aber wie gesagt ich sage auch ja 21 dezember müssen wir halt unsere 50 hertz irgendwo halten können und da sehe ich ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen fragezeichen alles klar das war es erstmal dazu wir sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten video wieder macht's gut schönen tag euch